Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic 1 Ah, alles klar Ja, äh, wir gehen jetzt wieder zurück in die Stadt, wir haben ja die Liste be- Alles klar Wir haben ja die Liste be- Warum ist das denn so dramatischer Musik gerade? Das ist wirklich nicht mein Problem Was haben wir eigentlich? Quests Zipte Sekte, so Äh, also Sumpflager, also Sumpflager, Sumpflager, Prüfung des Citrons, mache ich gerade Sumpflager... Ne, ich habe keine Fleischschwanzen Äh, neue Sälfte Botschaft, Sumpflager Aufnahme, also das Lager ist der Oberbegriff Okay Im Endeffekt Eigentlich muss ich zum Sumpflager Ähm Was glaube ich das Wichtigste vorerst? Caesar Nachdem ich im alten Lager aufgenommen bin Ich glaube, dass jetzt ich mir als zunächst erstmal Priorität Kann ich die da hin besiegen? Dann sind die unsterblich durch mich Durch mich Durch mich Ist das richtig so? Na, ich sollte auch treffen Nein Uh Na 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 So, jetzt nochmal 70 kriegt 10 Nährenpunkte pro Stufe Ah, alles klar Ah 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 Diese entspannende Ruhe des Waldes Ah Ah Nicht mehr Ah Ja auf jeden Fall Wir gehen jetzt in die Stadt Ins alte Lager Wo hoffentlich Eigentlich Eigentlich weiß ich gar nicht was Hieran jetzt gerade so die große Schwierigkeit der Quest war Wenn ich jetzt mal so ganz ehrlich bin Ich musste runter zur Liste Zur Liste, ja genau Ich geh zur Liste der Hochschulgruppe der Partei Ähm Ich musste runter zur Mine zu ihnen Die Liste abholen gehen Und ich bin schon hier wieder in Sicherheit Guck mal hier sind schon die Wachen Hä 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 Was ist denn die Schwierig Ich sehe das Vertrauen Ich sehe das Vertrauen Weißt du Denkst du da ist jetzt so Boah Mega Ultra Schafft keiner Prüfung So Ja So viel dazu Hä Es war dann im Endeffekt nix Nun gar dies Ist das Diego Ja Hallo Diego Äh Kannst du mir was beibringen? Ja Bei mir kannst du lernen deine geschickliche Achso Äh Stärke Ich hab jetzt noch sieben Jetzt hab ich noch zwei Einen Und einen Ne mehr geht nicht ne Doch Oh Deine Kampfkraft ist um einige Komm mal wieder Ja Äh Hier Ich hab die Liste von ihnen Gut gemacht Das bringt dir einige Pluspunkte ein Ja und wie steht's jetzt so? Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet Sketti hat mir gesagt er wäre gespannt wie du gegen Kirgo abschneidest und er war sehr gespannt ob du Karim herausfordern wirst Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt Also ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt Aber egal Er hält jedenfalls große Stücke auf dich Sly hat mir erzählt du hast Neck gefunden Er wirkte sehr zufrieden Mit Dexter muss ich noch ein ernstes Wörtchen reden Er benutzt dich für seine eigenen Geschäfte Aber es gibt keine Regeln für die Probe Wenn du das schaffst Bist du einen großen Schritt weiter Halt dich ran Es gibt noch viel zu tun Wenn du es hier im Lager zu was bringen willst Ich hab doch also Also bitte Ich hab doch was geben Mach's gut Golfen Ich hab mich schon richtig an dich gewöhnt Wir werden sicher eine Menge Spaß miteinander haben Nicht wahr? Wo schläfst du eigentlich? Du kannst gerne zu mir kommen Junge 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 Ähm was wollte ich denn gerade Ach ja ich wollte Meine Waffe auswählen Steinbrecher Äh Steinbrecher ne Ist äh Schon hab ich dann 37 Wieder ein paar mehr Sooo Grim Und Und Ich hab schon mit Dexter Sly und Fingers geredet Das sind einige der einflussreichsten Schatten hier im Lager Aha Wegen was haben sie dich eigentlich hier reingeworfen? Hast du auch ein Fägel für Tiere? Das haben sie ja gar nicht gerne Da haben sie mich eingebuchtet Junge 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 Verpiss dich Willst du einen Moment allein sein? Hm? Kann ich verstehen Ich halt mich im Hintergrund Verpiss dich Willst du einen Moment allein sein? Oh ja Meine Güte Dieser Typ Ist schlimm Ist wie Herpes Ähm Ähm Ja eigentlich kann ich zum Handel Zum Marktplatz gerade Und ich wollte zur Kampfarena Genau Gucken ob das jetzt ausbringt Alles klar So langweilig sind dir der Space auch nicht Was hast du denn? Was hast du denn? Einmal Und wer bist du? Dexter Zeig mir deine Ware Ich habe hier nur den besten Stoff Naja Äh Die Geschichte muss doch wohl was dran sein Oh Nein Ich brauche einen Dietrich selbst Äh Schriften Trinke Genau Waffen So eine Spinn Bogen Erstmal brauche ich glaube ich keinen Bogen oder? So Da können wir auch ein faires Geschäft mitmachen So Es gibt da ein paar Leute die versuchen ständig mich zu verprügeln Fiese Typen aus dem neuen Lager Richtige Brutalos Ich werde ihnen beim nächsten Mal gleich sagen dass sie es in Zukunft mit dir zu tun kriegen Das wird sie sicher abschrecken Hey du Hast du noch mal Glück gehabt? Wirklich? Dein Ernst? Verpiss dich Willst du einen Moment Ich kann mal speichern finden wir grad auf Ich habe schon lange nicht mehr gemacht Gehts jetzt zur Arena? War das hier? Ähm 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 Ich glaube es ist hier in der Arena Ähm Ne Falsch Wer ist hier Hier ist die Arena Ähm Was ist der Typ hin? willst du dich noch mal mit mir anlegen ich kann ich das na ich fordere dich heraus lass es uns in der arena ist zum frühstück kleiner tu dir selber einen gefallen und macht dass du weg kommst okay okay vergessen wir die sache diese fiesen schweine aus dem neuen lager werden staunen wenn sie erfahren dass ich einen beschützer habe die werden sich in die hosen machen das wird ein spaß sonst machen sie ja mit allen kurzen prozess aber jetzt werden sie sich das zweimal überlegen junge 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 ich spreche aber lieber vorhin nämlich ich fordere dich heraus du du dir ja 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 damit du ungeschoren davon kommst du feiges schwein fällt dir nichts besseres ein kleiner hier jetzt jetzt ist mit schweiz deine durren arme sind nichts gegen deine hässliche visage nein mir fällt nichts ein dass du begreifen würdest wie wäre es mit deiner mutter treibt sie ziehen du bist doch nur hier und komm es in den arsch zu kriechen okay mir nein mir fällt nichts ein dass du begreifen würde es muss man überlegen vielleicht solltest du es auf einen versuch ankommen lassen wie wärs mit das tut sie vermutlich wehten ich wollte zuerst was über deine dünnen ärmchen sagen aber dann schau mir deine hässliche fresse auf diese dialogen der funktiert einfach gar nicht du bist doch nur hier damit du meine chance bekommt komm es in den arsch zu kriechen uns das neue lager ist unabhängig von dieser ganzen scheiße und im übrigen gibt es nur einen grund warum ich hier bin damit ich klug scheißern wie dir das hirn aus dem schädel prügeln kann es wird mir ein vergnügen sein das bei dir zu tun dein schicksal erwartet dich in der arena weißt du was ich tue dir einen gefallen ich werde ein gutes wort für dich einlegen dann nehmen sie dich vielleicht in das lager auf dann können wir uns jeden tag sehen frage ist kann ich dem schaden machen schmerzen sind eine frage des willens ich mache die schaden ja ich könnte mir wäre schon lange gestorben aber das braucht er nicht mehr ich dachte das wäre schon lange geklärt ja den ganzen stoff hier tja karim ich glaube hier dazu ich habe hier auf jeden fall gekämpft ja heute ist ja fußball du bist schon tot du weißt es nur noch nicht ein guter kampf dein training hat sich ausgezahlt alles klar geht zur seite nö manche halten mich ja für einen durchgehaltenen spinner aber jemand wie du würde sich hier ja niemals mit einem spinner sehen lassen sowas spricht sich herum also werden sie einsehen dass sie sich in mir getäuscht haben ja richtig achso dann wärst du da gore manis na du kämpfst in der arena ich wurde von meinen meistern aus dem sumpf hierher geschickt um für den schläfer zu kämpfen zu seiner höheren ehre kämpfe ich auf das alle ungläubigen sehen wie stark ich dank seiner macht geworden bin alles klar du kämpfst in der arena achso das geht nicht weiter ich will gegen karim antreten habe ich doch gerade also ich bin und du hast ihn umgehauen ich muss schon sagen nicht schlecht er war immer einer der besten kämpfer hier du hast mich schwer beeindruckt ich will wetten aber im moment findet kein kampf statt der nächste kampf ist in ein paar naja ok trainierst du auch kämpfer schon aber nicht zum spaß wenn ich dich trainieren soll musst du dafür zahlen hmmm einhänder stufe 1 ne ja doch trainierst du auch kämpfer ach komm schon mal ich will besser mit einhand waffen oh komm wieder ähm so du bist mein bester freund hier drin die anderen wollen mich immer nur loswerden ich bin dir echt dankbar ich will dich auch loswerden so ist das nicht ja das weiß ich auch nicht wen das noch interessiert alles klar hier oh hier ist eine küste wow hör mal die rennerei wird langsam anstrengend wollen wir uns nicht irgendwo ein kuscheliges plätzchen suchen und es uns gemütlich machen nein so irgendwie sind hier keine weiteren fleischschwanzen was ist denn hier was 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 meine truhe Äh Ich verstehe dieses System nicht Ganz im Ernst Du bist wie ein großer Bruder für mich Ich hatte nie einen großen Bruder Auch keinen kleinen Meine Eltern wollten mich nicht behalten Ich bin sicher, das fiel ihnen nicht leicht Bestimmt nicht Ganz sicher Jekyll Achso Ne, nix mit Schutzgeld Ähm Was passiert mir nicht noch? Wahrscheinlich hast du recht Jetzt fällt mir mal gerade was ein Ich könnte ja mal was kaufen Zeig mir deine Warte Der hat vielleicht Eine Wanzenfleisch Nein, hat er nicht Okay Wo kommst du denn her? Du freust dich sicher auch so, dass du jetzt endlich jemanden gefunden hast, der dich versteht Ich komme aus Korinus Warst du schon mal dort? Ist dir eigentlich auch egal Ja Das ist kein Händler Fisk Zeig mir deine Ware Äh, hast du? Äh Oh nicht Was ist denn die Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann Äh, 500 Erz Ganz im Ernst Das ist ein bisschen sehr teuer Muss ich erst überlegen, ob ich das mit meinem Finanzplan klären kann Ich habe 825, okay kann ich Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass... Ja komm, machen wir das Gib mir die Buddlerhose Eine gute Wahl Schütze von Waffen Schütze von Feiern Schütze von Magie Da habe ich schon mal was besseres Auf jeden Fall Ähm Und ich bin ja relativ warm Ich komme für 14 Das ist süß Okay Das war nicht idiotisch, das war nützlich, diese Hose zu kaufen Vielleicht muss ich dann nicht demnächst in, äh, God Mode spielen Äh, genau, ich wollte wegen des Arena Kampfes nochmal bei, Diego vorbeischauen So Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet Und? Sketti hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest Aber, dass du gegen Karim gewonnen hast, hat ihn total von den Socken gehauen Er hat gar nicht mehr aufgehört, von dir zu reden Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt Also Slyer mit Deck Aber Es gibt kein Alles in allem So, äh, das hatten wir Macht's gut Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Cut Bis zur nächsten Folge Und tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss